Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Donnerstag, dem 11. Mai. Guten Morgen bei Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technik-Themen für euch vorbereitet. Wir beginnen bei Snapchat, gehen zum Nokia, gehen zu Amazon, zu HP, zu Street View, zu Windows 10, zu Microsoft Home Hub, Visual Studio und Geldnoten in der Schweiz. Wir beginnen, wie gesagt, bei Snapchat. Dort gab es jetzt ein neues Update. Dieses Update hat, wie immer, kleine Designverbesserungen und neue Features. Ein Feature davon ist aber besonders spannend, insofern, weil es natürlich mit einer maßgeblichen Grundlage von Snapchat mehr oder minder bricht. Man kann jetzt mittlerweile einstellen, wie lange Snaps gesehen werden sollen können von anderen. Bisher waren es so in der Regel 10 Sekunden. Jetzt kann man aber zum Beispiel auch einstellen, dass es ohne Limit sein soll. Dementsprechend quasi die Verfallbarkeit von Snaps im Endeffekt beendet wird. Wir kommen zu Nokia und im Endeffekt, ja, der stille Star oder eigentlich sogar der relativ laute Star der letzten MVC in Barcelona war ja die Wiederauflage oder das neue Nokia 3310. Im Endeffekt ja die Auflage eines Oldschool-Handys. Neben den ganzen großen, dicken Smartphones war vor allem dieses mehr oder minder eigentlich Dampfhund, der Star der Messe. Ja, ab 26. Mai geht es los. Das Gerät kann vorbestellt werden. Um 59.90 Uhr kommt es in den Handel, in den Farben Blau, Gelb, Grau und Rot. Wir kommen zu Amazon und Amazon haben wir in letzter Zeit sehr, sehr stark in den Nachrichten. Auch heute gibt es wieder mehr oder minder drei. Und jetzt dazu beginnen wir mit der ersten, die ist am einfachsten. Amazon kooperiert jetzt mit Aldi Süd für den Amazon Locker. Bedeutet Amazon Locker, das gibt es schon bei mehreren Supermärkten auch teilweise oder bei Tankstellen, das sind diese Amazon Abholstationen, ähnlich wie man das von anderen, eigentlich von Paketdiensten kennt, jetzt eben ein neuer großer Kooperationspartner Aldi Süd, wo man dann seine Amazon-Pakete abholen kann. Wir kommen zu Amazon Echo wieder. Wir hatten das Thema ja gestern schon sehr stark, da kommt jetzt das neue Gerät, der Echo Show. Dort gibt es jetzt die Möglichkeit für Entwickler und ich weiß, dass einige unserer Zuhörer auch Entwickler sind und auch schon eigene Skills anbieten. Entwickler können dort jetzt quasi ihre Skills für den neuen Echo Show anpassen, dementsprechend auch Karten anbieten, die dann quasi auf dem Display gezeigt werden können, auf dem 7 Zoll großen. Im Endeffekt, ich habe mir das heute schon ein bisschen angeschaut, das SDK ist jetzt nicht die große Hexerei, ist schon ein bisschen das, was man von Fire TV kennt, nur eine neue Anpassung halt auch auf dem Bildschirm. Trotz allem, wenn ihr jetzt schon loslegen wollt, obwohl das Gerät aus dem Juni überhaupt nur in den USA erscheint, könnt ihr das zumindest schon. Wir verlassen das Amazon-Themenfeld, kommen aber weiterhin zu Sprachassistenten mehr oder minder. Heute ist bekannt gegeben worden, dass auch HP eine eigene Smart-App-Box vorstellen will, dort aber nicht mit Amazon Echo beziehungsweise mit Alexa integriert, sondern mit Microsofts Cortana. Im Endeffekt passt das ganz gut zu der Ankündigung von Harman Kardon gestern, die bauen ja auch einen Lautsprecher mit Cortana. Wir kommen zu Windows 10 und mehr oder minder zu ganz guten Zahlen, die Windows 10 mittlerweile verzeichnen kann. Das Betriebssystem ist jetzt offiziell auf 500 Millionen Geräten beziehungsweise bei 500 Millionen Nutzern installiert. Ja, ganz großer Erfolg, auch wenn Microsoft ja quasi auf eine Milliarde Geräte wollte. Das wird noch ein bisschen dauern, wenn man diese Marke überhaupt jemals erreichen wird. Microsoft hat momentan mehr oder minder seine eigene Hausmesse, wenn man das so nennen möchte. Die Microsoft Build hat heute in Seattle gestartet und dort hat man dann auch neben den zwei vorigen News eine neue Lösung vorgestellt, die vor allem für Smart Home in Einsatz kommen soll, aber eben auch die Steuerung mit Cortana ermöglichen soll. Quasi so ein bisschen der Hub für all diese Themen passend dazu heißt das Ganze auch Home Hub. Im Endeffekt eine digitale Pinnwand, will man mal sagen, soll Termine, Aufgaben, Notizen von verschiedenen Familienmitgliedern vereinen und dann dort quasi auch über Cortana abrufbar machen, aber eben auch die Steuerung von Smart Home Geräten dann über Cortana übernehmen. Die ersten Geräte soll es in wenigen Monaten geben, näheres weiß man dazu noch nicht, aber im Endeffekt, ja, Harman, Cardano und HP machen sie ja jetzt schon vor und zeigen ja quasi schon Geräte, die auf Cortana setzen, die werden dann ja ziemlich sicher auch auf Home Hub aufbauen werden. Wir kommen zu Visual Studio, verlassen aber eigentlich Windows und kommen auf macOS. Dort gab es ja vor gar nicht allzu langer Zeit die Ankündigung, dass das Visual Studio auch auf macOS erscheinen wird. Dem ist jetzt so, die final ist erschienen, alle Entwickler können also mit dem Visual Studio 2017 jetzt auch unter macOS loslegen. Wir kommen zu Google und Google hat heute, ja, viele neue Kameras vorgestellt, 360-Grad-Kameras beziehungsweise Kooperationen mit Kameraherstellern, die Street View Ready sein sollen. 20 Kameras sind vier verschiedene Stufen, Street View Mobile Ready bezeichnet im Endeffekt Smartphone Kameras, Street View Auto Ready bezeichnet Kameras, die ich im Auto anbringen kann und damit so ähnliche Aufnahmen wie die Street View Autos machen kann, Street View VR Ready bedeutet, dass ich quasi in Virtual Reality Qualität Aufzeichnungen, also Fotos machen kann, und Street View Workflow Ready, das passt nicht ganz dazu. Das sind quasi Kameras, die es ermöglichen, dass ich das Ganze dann sehr einfach von der Kamera aus direkt in Richtung Street View publische und da keine großartigen weiteren Schritte mehr vor mich nehmen muss und dementsprechend alles gleich online stellen kann, ohne dass ich noch groß eine Software oder einen PC dafür brauche. Zur letzten kleinen lokale News aus der Schweiz, die für ein bisschen Aufregen sorgt, wie mir von unserem Schweizer verraten würde. Dort wurde heute die zweite neue Frankennote vorgestellt. Die 20-Franken-Note wird in einem neuen Design erscheinen. Optisch gefällt es mir ganz gut, in den Show Notes findet ihr einen Link, eine neue rote Banknote mit unterschiedlichsten Darstellungen drauf, einen Prisma, ein paar Schmetterlingen, hat auch viele neue Sicherheitsmerkmale. Ja, im Endeffekt, die neue Note soll die Kreativität der Schweiz ausdrücken und den Erfindergeist, den man dort hat, wenn man sich an so die ein oder andere News ausrichtet und Google, Kützli hieß das Ganze, und Butteräugli erinnert, mag da durchaus etwas dran sein. Das war es mit meinen News für heute, vielleicht jetzt nicht der stärkste Tag, dafür war es ja gestern sehr, sehr viele Neuigkeiten. Dementsprechend, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis bald und ciao! Hört mehr Geek Talk!